Ihr versteht das Wort Scharia falsch? Ihr macht wie die Nicht-Muslime heute, wenn man Scharia sagt. Wenn man Scharia sagt heute bei Nicht-Muslimen, was denken sie? An was? Steinigen, Hände abhacken und Kopf ab. Und die denken an Daesh. Das ist nicht Scharia. Scharia ist unsere Religion. Scharia ist wie du betest, wie du fastest. Das sind die Regeln des Gebetes, Regeln des Fasten, Regeln der Familie, Regeln der Heirat, Regeln der Scheidung. In allen Bereichen. Scharia ist wie Normenlehre für die Muslime. In allen Bereichen. Aber ein Teil von Scharia ist, barakallahuikum, Strafgesetz. Die haben das Gesamtin gelassen. Die haben ein Teil gepickt. So aufpassen.